Das Stern-Bürgergeld-Stern-Bürgergeld ist eine staatliche Sozialleistung zur Unterstützung von Personen, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden. Sie wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass diejenigen, die sich nicht durch Beschäftigung oder andere Quellen ihren Lebensunterhalt sichern können, ein grundlegendes Maß an finanzieller Sicherheit haben. Das im Rahmen des Wohlfahrtsstaates des Landes eingeführte Stern-Bürgergeld-Stern bietet Hilfe für Bürger, die unter bestimmte Einkommensgrenzen fallen, und stellt sicher, dass jeder Zugang zu grundlegenden Bedürfnissen wie Wohnraum, Nahrung und Gesundheitsversorgung hat. Die Vergabe von Stern-Bürgergeld-Stern wirft wichtige Fragen darüber auf, wer für diese Unterstützung in Frage kommt und wie sie verteilt wird, insbesondere angesichts der vielfältigen Bevölkerung in Deutschland. In den folgenden Abschnitten wird untersucht, wie dieses Einkommen auf der Grundlage der Herkunft einer Person verteilt wird und wer für Stern-Bürgergeld-Stern in Frage kommt. Stern-Bürgergeld-Stern steht jedem in Deutschland zur Verfügung, der bestimmte rechtliche und finanzielle Kriterien erfüllt, unabhängig von seiner Herkunft. Die Hauptanforderung ist der Aufenthalt in Deutschland, Einzelpersonen müssen entweder deutsche Staatsbürger oder rechtmäßige Einwohner sein. Das bedeutet, dass EU-Bürger mit Wohnsitz in Deutschland sowie Nicht-EU-Bürger, denen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde, ebenfalls berechtigt sind. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist der finanzielle Bedarf, der anhand des Einkommens, des Vermögens und der allgemeinen Lebenssituation des Antragstellers beurteilt wird. Wenn das Einkommen eines Menschen unter eine bestimmte Schwelle fällt, kann er für Stern-Bürgergeld-Stern zur Deckung der grundlegenden Lebenshaltungskosten in Frage kommen. Es ist wichtig zu beachten, dass sowohl Erwerbstätige als auch Arbeitslose Stern-Bürgergeld-Stern erhalten können, wenn ihr Einkommen nicht ausreicht, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Das Programm unterstützt Arbeitnehmer in schlecht bezahlten Jobs sowie diejenigen, die vorübergehend aus der Erwerbsbevölkerung ausscheiden. Bei der Verteilung von Stern-Bürgergeld-Stern hat die Herkunft des Antragstellers keinen Einfluss auf den Zugang zu den Leistungen, aber es gibt unterschiedliche Verfahren für verschiedene Gruppen. Deutsche Staatsangehörige sind automatisch berechtigt, sofern sie die Aufenthalts- und Finanzkriterien erfüllen. Für EU-Bürger stimmen die deutschen Gesetze mit den allgemeinen Regelungen der Europäischen Union überein, sodass sie Stern-Bürgergeld-Stern beantragen können, wenn sie in Deutschland leben und arbeiten oder lange genug im Land gelebt haben, um einen gesetzlichen Anspruch auf die Leistung zu begründen. Für Nicht-EU-Bürger beinhaltet der Prozess zusätzliche Verifizierungsschichten, die oft an ihren Aufenthaltsstatus gebunden sind. Auch Flüchtlinge, Asylsuchende und Drittstaatsangehörige mit gültigem Aufenthaltstitel können Stern-Bürgergeld-Stern beantragen, wobei ihr Status eine längere Dokumentationsdauer oder eine Wartezeit voraussetzen kann. Unabhängig von der Herkunft ist das zugrunde liegende Prinzip, dass Stern-Bürgergeld-Stern ein Vorteil für jeden ist, der legal in Deutschland wohnt und die finanziellen Voraussetzungen erfüllt. Eine große Vielfalt an Menschen profitiert von Stern-Bürgergeld-Stern. Es steht Personen unterschiedlicher Altersgruppen und Lebensumstände zur Verfügung. Viele Empfänger sind alleinstehende Erwachsene, die arbeitslos oder unterbeschäftigt sind und sich schwer tun, um über die Runden zu kommen. Auch Familien mit Kindern machen einen bedeutenden Teil der Empfänger aus, da die zusätzliche finanzielle Belastung durch die Erziehung von Angehörigen es den Eltern schwer macht, alle ihre Ausgaben zu decken, selbst wenn sie beschäftigt sind. Stern-Bürgergeld-Stern ist nicht auf eine bestimmte demografische Gruppe beschränkt, da es auch ältere Bürger einschließt, die unter dem Rentenalter liegen, aber aufgrund von Krankheit oder anderen Gründen nicht arbeiten können. Zusätzlich werden viele Menschen, die behindert oder nicht in der Lage sind, Vollzeit zu arbeiten, von Stern-Bürgergeld-Stern unterstützt, um ein Grundeinkommen sicherzustellen. Zu den Empfängern zählen sowohl einheimische Deutsche als auch ausländische Staatsangehörige, was die vielfältige Bevölkerung Deutschlands und sein Engagement für die Unterstützung aller bedürftigen Einwohner widerspiegelt. Der Betrag Stern-Bürgergeld-Stern, den eine Person oder Familie erhält, wird anhand mehrerer Faktoren berechnet. Für einen alleinstehenden Erwachsenen deckt der Grundtarif die wesentlichen Bedürfnisse wie Lebensmittel, Nebenkosten und persönliche Ausgaben ab. Die Familien erhalten einen höheren Betrag für Angehörige, wobei je nach Alter zusätzliche Beträge für Kinder bereitgestellt werden. Die Wohnkosten werden ebenfalls berücksichtigt, wobei die Empfänger für eine Beihilfe zur Deckung von Miete- und Nebenkosten in Betracht kommen, sofern diese Kosten für das Gebiet, in dem sie leben, angemessen sind. Die Beiträge zur Krankenversicherung sind in der Regel ebenfalls enthalten, um sicherzustellen, dass die Empfänger Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Die Herkunft beeinflusst nicht die Berechnung der Leistungen, sondern ist auf die Lebenssituation und die Familiengröße des Empfängers abgestimmt. Größere Familien oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen können zusätzliche Zuschläge erhalten. In einigen Fällen kann der Betrag aufgrund anderer Einnahmequellen oder finanzieller Vermögenswerte, die der Empfänger haben könnte, angepasst werden. Trotz der breiten Zugänglichkeit gibt es bei der Verteilung von Stern-Bürgergeld-Stern einige Herausforderungen, insbesondere für Nicht-EU-Bürger. Der bürokratische Prozess kann komplex sein und die Bewerber haben oft sprachliche Barrieren oder Schwierigkeiten bei der Navigation im System. Nicht-EU-Bürger müssen möglicherweise detailliertere Unterlagen zu ihrem Aufenthaltsstatus vorlegen, was die Bearbeitung von Anträgen verzögern kann. In einigen Fällen können Flüchtlinge und Asylsuchende aufgrund der zusätzlichen Verifizierung mit längeren Wartezeiten konfrontiert sein. Es gibt auch öffentliche Debatten und Kontroversen rund um die Verteilung von Stern-Bürgergeld-Stern mit einigen Fragen, ob ausländische Staatsangehörige die gleichen Leistungen erhalten sollten wie deutsche Bürger. Diese Diskussionen ändern jedoch nicht den rechtlichen Rahmen, der allen berechtigten Einwohnern gleichen Zugang zu sozialen Leistungen garantiert. Nichtstaatsangehörige von Drittstaaten und andere marginalierte Gruppen stoßen im Vergleich zu deutschen oder EU-Bürgern auf häufig mehr bürokratische Hürden. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, wie Stern-Bürgergeld-Stern das Leben von Empfängern aus unterschiedlichen Bereichen positiv beeinflusst hat. Nehmen wir den Fall von Anna, einer alleinerziehenden Mutter aus Deutschland, die nach dem Verlust ihrer Arbeit mit Schwierigkeiten konfrontiert war, für ihre beiden Kinder zu sorgen. Mit Stern-Bürgergeld-Stern konnte sie ihre Miete bezahlen, Lebensmittel kaufen und sich sogar neue Schulsachen für ihre Kinder leisten. Ebenso erhielt Khalid, ein Flüchtling aus Syrien, nach der Gewährung des Asyls in Deutschland Stern-Bürgergeld-Stern. Diese Unterstützung half ihm beim Übergang in die Arbeitswelt, indem er seine Lebenshaltungskosten während der Sprachkurse und der Berufsausbildung übernahm. Diese Geschichten zeigen unter anderem, wie Stern-Bürgergeld-Stern als Rettungsleine für Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten dient, unabhängig von ihrer Herkunft. Es bietet nicht nur vorübergehende Erleichterung, sondern hilft auch den Menschen, wieder auf die Beine zu kommen und finanzielle Unabhängigkeit wieder zu erlangen. Abschließend, Stern-Bürgergeld-Stern spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, dass alle Einwohner Deutschlands Zugang zu einem Mindestmaß an finanzieller Unterstützung haben, wenn sie ihre Grundbedürfnisse nicht decken können. Die Verteilung von Stern-Bürgergeld-Stern erfolgt nach Bedarf, nicht nach Herkunft, das heißt Bürger und rechtmäßige Einwohner unabhängig von ihrem Hintergrund sind förderungsberechtigt, sofern sie die festgelegten Kriterien erfüllen. Es gibt zwar Herausforderungen, insbesondere für Nicht-EU-Bürger, aber das System ist integrativ und soll denjenigen helfen, die es am meisten brauchen. Als soziales Sicherheitsnetz hilft Stern-Bürgergeld-Stern vielen Menschen, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken, dabei mit Würde zu leben und sich für eine bessere Lebenssituation einzusetzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.